Willkommen zum Ramani Police Indian Kitchen. Ich bin wieder da. Noch ein Tulunado Rezept mit Süßkartoffeln. Schauen Sie mal, was wir brauchen, wie ich das koche. Probieren Sie auch. Wir brauchen ein Süßkartoffel, Kokosraspel, grüne Peperoni, Salz. Garnieren brauchen wir Öl, schwarze Linsen, Senkörner und Hink. Dann können Sie auch Curryblätter nehmen. Süßkartoffeln schälen wir und schneiden wir in kleine Würfel. Also Öl brauchen wir. Schauen Sie mal die Zutaten, was ich da brauche. Und ich nehme eine Schüssel und halbe Liter Wasser und einen kleinen halben Löffel oder ein Viertel Kurkuma-Pulver da rein und ein Löffel Salz. Und die Süßkartoffeln tun wir da rein und lassen wir kirchen. Die schönen Farben von Süßkartoffeln von Deutschland. Ja, in Indien haben wir auch, da sind verschiedene Farben. Weiß, diese Farbe und ich tue das abtropfen. Und das lassen wir an die Seite. Ja, und ich habe diese gleiche Topf genommen, sauber gemacht und trocknen lassen. Und ich habe, sagen wir, ein Teelöffel Öl da rein getan. Und tue ich ein Viertel Löffel schwarze Linsen und ein Viertel Löffel Senfkörner. Und Curryblätter können Sie auch da rein tun. Ich habe jetzt nicht. Und ein roter Chili gebrochen und ich tue 100 Gramm von dieser Kokosraspel. Es ist frisch. Sie kriegen auch tiefgefrorene in indische Geschäfte oder andere Geschäfte auch. Oder tun Sie Kokosraspel in Wasser eingeweicht. Tue sie da rein und einfach mischen. Ich habe zwei grüne Chilis in lang geschnitten. Hier können Sie auch klein schneiden. Kein Problem. Tue sie da rein. Und ein halber Löffel Chilipulver habe ich reingetan. Sie können auch Sambarpulver nehmen. Sie kriegen das in indische Geschäfte. Es schmeckt auch anders. Tümen wir fünf Minuten gekochte Süßkartoffeln da rein. Ja, und dann mischen. Es ist sehr, sehr einfacher. Ich habe ein Gericht in mein Tulubblock rein getan. Ja, da habe ich eine Lunchbox gemacht mit zwei verschiedenen Gerichten und ein Joghurtreis. Das sieht aus gut. Wir haben es zur Schule mitgenommen damals. Ja. Schauen Sie mal da. Ich habe Süßkartoffeln und Brahmi Chutney und Joghurtreis gemacht gehabt. Sie können auch ab und zu mal da rein schauen. Da sind viele Gerichte. Abonnieren Sie. Machen Sie ein Like. Wir sehen uns in unserem anderen Video. Bis dann. Probieren Sie zu kochen. Es ist sehr, sehr einfacher. Ramani Police, Indian Kitchen. Abonnieren Sie.